Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bevor das Video losgeht, habe ich hier noch eine kurze Frage an euch und zwar habt ihr Bock auf einen 60 Sekunden Supercut von Lorenz? Ich habe ja quasi das GoPro Material von ihm und die GoPro hat tatsächlich eineinhalb Stunden lang durchgefilmt. Ich habe für das Video von letzter Woche leider nicht so viel Zeit gehabt, diese eineinhalb Stunden wirklich konsequent durchzugucken. Weswegen natürlich jetzt die Frage an euch ist, habt ihr Bock, dass ich das nochmal richtig durchgucke und dann halt so eine 60 Sekunden Strecke zusammenschneide auf gute Musik natürlich und das auf Instagram hochlade, damit ihr halt nochmal ein bisschen Entertainment davon habt. Falls ihr darauf Bock habt, könnt ihr das ja schon mal in die Kommentare schreiben und in dem heutigen Video mache ich folgendes und zwar bin ich gerade in Hamburg bei Max und wir machen heute einen kleinen Overnighter. Es geht in den Norden raus aus Hamburg und wie das alles jetzt wird, ob die Materie gut ist, ob wir einen exzellenten Schlaf haben. Das seht ihr jetzt alles in dem Video, also bleibt dran. Wir sehen uns gleich auf dem Hobel. Jo Leute, die zwei Bekloppten sind wieder unterwegs. Wir divem jetzt straight rein in die Materie, haben richtiges Kaiserwetter, wie man sehen kann. Es ist fast unglaublich, dass im November noch so geil die Sonne scheinen kann und vor allem, wir haben irgendwie 14 oder 15 Grad. Baba, Sonne scheint Easter. Absolut, Alter. Deswegen, also wir düsen jetzt mal richtig schön ins Dickicht rein und gucken einfach mal so, was es heute so gibt. Einfach mal den Forest wieder aufleben lassen. Genau. Einfach mal auch die StVO representen, Leute. Digga, immer. Auf jeden Fall. Ja, wir divem jetzt rein in die Materie. Viel Spaß beim Video. Ja Leute, hier wieder ungefilterte Wahrheiten aus dieser Tour. Wir sind mal wieder ein bisschen Offroad-mäßig unterwegs. Ich persönlich mag das ja eigentlich ganz gerne, gerade mit einem Fixie. Ist das nochmal so eine andere Belastung, sag ich jetzt mal. Man muss dann ein bisschen besser so mit dem Gleichgewicht und du guckst halt auch ein bisschen besser auf dem Weg, ob das da irgendwie Löcher im Boden gibt oder ob du da abrutschen kannst. Ich fand tatsächlich gerade einen kleinen Umweg, weil wir noch bei einem Supermarkt vorbei wollen, weil wir gar nicht so viel Wasser mit haben und wir wollen heute Abend noch was kochen. Ich habe einen Kocher mit dabei. Bin echt gespannt, wie unsere Schlaflocation so ist. Ich war ja persönlich da noch nie. Max hat nur Gutes dazu. Dementsprechend hoffe ich, dass ich nicht enttäuscht werde. Die Sonne blendet mich hardcore und ich würde sagen, weil wir hier jetzt gerade so toll stehen, gibt es jetzt ein paar Drohnenaufnahmen. Grüße gehen raus an Max. Ab geht's. Die Sonne v admissioniert mich. Das ist die Sonne. Ab geht's. Ab geht's. Wenn wir uns mal mit, sind. Wir brauchen die Sonne. Bis zum nächsten Mal. ja leute wir sind da und der platz ist wild also hier sind richtig viele leute ich schwenke jetzt mal bewusst hier nicht rum es ist richtig viel los einfach sie sind bestimmt zehn zelte oder so überall versteckt hier im wald es geht das gute alte spiel los ich werde mich dort hin platzieren mit dem tab ich kann ja nur mit tab und ja ich werde das camp so da jetzt so hin bauen dass ich von der seite so da rein kriechen kann und auch hier diese sitzbank so als rückenteil vielleicht als seitenteil habe auch fürs fahrrad ok leute ganz schneller planwechsel ich hätte das camp sonst direkt neben dem feuer aufgebaut und das ist richtig dumm deswegen haben wir das jetzt mal versetzt und ich baue das jetzt auch so dass max auf der anderen seite unter dem tab quasi mitpennen kann ich drehe das fixe wieder um da wird uns tab rüber gespannt und dann den rest kennt ja schon deswegen gibt es jetzt wieder eine kleine time ja leute wir versuchen gerade feuer zu machen es geht schleppend voran aber alles step by step ja leute wie ihr seht wir haben ein lagerfeuer an das hat tatsächlich moment gedauert und wir haben auch gut gestruggelt weil hört ihr das schon hört ihr das schon da war jemand am zweifeln ja ich muss aber ehrlicherweise sagen ich habe auch kurz gezweifelt ich habe jetzt gerade eben aber eine gute quelle gefunden für trockenes trockenes holz auf jeden fall so nichtsdestotrotz max und ich haben uns ja nicht lumpen lassen wir sind vorhin bei famila ran gefahren ich glaube da habe ich leider kein clip mehr von und haben auf jeden fall noch ein bisschen was zu essen und zu trinken geholt und ja leute es gibt nichts beruhigenderes als einfach ein lagerfeuer das muss man einfach mal so sagen so leute der kocher ist auf vollgas max auch das war so klar ich habe nur mit gerechnet ja leute es ist nicht scharf geworden also man hat nicht gesehen dass du bier getrunken hast schade naja das schneide ich aber genau so rein bitte ja leute jetzt gibt es hier premium essen was ist das eigentlich genau das sind muschelnudeln mit frühlingsgemüse im kräutersauce richtig lecker alter an dieser stelle keine werbung wir haben gleich noch im zweiten kurs penne mit brokkoli mit frühlingskräutern also fast das gleiche nur mit anderen nudeln aber einfach so entspannt man wir sitzen hier das feuer läuft und ja es ist schön warm und schmeckt alle das mag der waldkorso auf jeden fall ganz gerne junge junge man muss einfach nur vor die tür es ist echt geiler als alles fernsehen und fünf sternen hotel zusammen feuer am laufen zu haben du hast du hast du hast mal zu mir die weisen worte gesagt die besten geschichten schreibt immer noch das leben selbst und das ist einfach so du erlebst also du erlebst keine geschichte wenn du zuhause rumsitzt oder in irgendeinem hotel bist oder in irgendeinem campingplatz weißt du wo die anderen snobs rumhängen no front aber hier kann jetzt alles passieren leider wenn es anfängt zu regnen also wir sind komplett den naturgewalten ausgesetzt okay leute wir haben jetzt beide ein bisschen was gegessen auf jeden fall und mit dem feuer kämpfen wir nach wie vor immer noch ein bisschen weil wir aktuell immer nur so kleine tannen äste finden die trocken sind werden jetzt wahrscheinlich ein paar größere nasse sachen holen die darüber halten und das dann jetzt noch mal ordentlich anfeuern aber ja es geht uns wirklich hervorragend ich muss sagen ich habe seit langem nicht mehr so gut draußen gegessen lag auch ein bisschen daran dass wir nur gefrühstückt haben und dann halt hierher gefahren sind und ja das licht da hinten ist max und wir gehen jetzt noch mal rein in forest einer und gucken was wir da so finden und wenn das vorher gleich wieder richtig groß ist dann seht ihr das also bis gleich ja leute ihr wisst was jetzt kommt gute nacht ich gehe jetzt schlafen es ist tatsächlich kälter als angenommen aber ja ich habe meinen biwaksack mit kann sein dass ich da heute nacht noch rein schlüpfe was dann halt aber natürlich heißt was dann natürlich heißt dass ich ordentlich schwitze was auch nicht gut ist aber naja lieber warm und durch geschwitzt als frieren glaube ich werde ich euch morgen früh alles berichten bis gleich einen wundervollen guten morgen leute die nacht war kalt wie ihr es euch denken könnt wir hatten tatsächlich tiefswerte von zwei grad aber nichtsdestotrotz habe ich auf jeden fall relativ gut geschlafen max auch und wir sind schon mitten dabei die sachen abzubauen ich habe das wundervolle problem dass ich immer im biwaksack irgendwann reingekriegt bin und deswegen halt krass geschwitzt habe da drin mein schlafsack ist von außen relativ nass und bei daumen schlafsäcken sollte man das ja eigentlich verhindern aber ist egal den lege ich nachher bei max in der bude einmal aus damit der trockenen kann gut ist ja was machen wir jetzt wir packen jetzt den ganzen hobel hier wieder zusammen und dann erfahren wir die route zurück dann geht das große abbauen mal wieder los ja leute wir haben das camp abgebaut meine hände sind ganz schön kalt weil ich habe tatsächlich handschuhe vergessen das war richtig schlau von mir und jetzt da wir richtig rein in die materie wie vorhin schon angerissen so rein mit uns so Auch mit der Sonne, Alter. Wir sind fast da, wir sind noch ungefähr einen Kilometer entfernt. Aber ja, ich freue mich richtig, auch gleich alles auszuschauen und einfach warm zu duschen. Das ist echt bitter nötig. Yo Leute, also wir haben uns jetzt akklimatisiert, umgezogen, geduscht und uns wieder mal ein bisschen frisch gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay Leute, das Wärter so gut. Wir müssen jetzt nochmal auf den Hobel und wir wollen natürlich auch euch aktivieren, auf den Hobel zu gehen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir verstecken jetzt einfach Sachen hier überall in Hamburg. Die ganze Bauchtasche voller Paxen. Genau, also wir haben Sticker dabei, wir haben Caps dabei, wir haben T-Shirts dabei, all so ein Gedöns. Und wir posten das immer in die Instagram Story, wo das ist und dann können die Leute da hinballern und sich das abholen. Also quasi für lau, Alter. So, die erste Sache haben wir jetzt hier in der Hafencity schon versteckt und wir diven jetzt direkt weiter, um woanders Sachen zu verstecken. Wo meinst du, sollen wir hin? Ich kenne mich ja in Hamburg... Ein bisschen weiter Richtung Elbbrücken. Oh, Elbbrücken, sagt er. Okay, ich kenne mich ja in Hamburg nicht aus, keine Ahnung wo das ist. Aber ja, falls ihr Bock habt, dass ich sowas auch mal in Berlin mache, vielleicht auch mit Max zusammen, lasst es mich gerne wissen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, weiter geht's jetzt. Leute, Versteck Nummer 3. Der Waldcorso war hier auf jeden Fall im Start und ein bisschen offensichtlicher jetzt. Aber hier ist ein Stapel exklusiver Waldcorso-Aufkleber. Kommt vorbei. Versteck Nummer 4, Leute. So real schön hier einfach. Leute, Versteck Nummer 5. Leute, ein weiteres Versteck hier hinter dem Automaten. Muss von der anderen Seite ran und dann hängt es da oben. Jo Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, ihr habt bis hierhin geguckt und hattet natürlich auch viel Spaß dabei. Es war wild, es war mystisch. Zu mystisch. Es war wirklich zu mystisch. Und ja, Frage an euch ist natürlich, habt ihr Bock darauf, dass ich und vielleicht sogar auch mit Max zusammen so eine Hide and Seek Geschichte mal in Berlin machen? Oder vielleicht auch in einer anderen Stadt? Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten fahrt mal vorsichtig. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr jetzt mal hier auf Max seiner Brust machen. Zwei weitere Videos findet ihr hier oben irgendwo. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Dive richtig rein in die Materie. Fahrt vorsichtig. Und Leute, ganz wichtig. You have to unmute you. Mute you. Hahaha. Hahaha. Hahaha.